Bitch you make me call me Superman We tall hoes in a single bound I'm single now Got no ring on a finger now I never let another chick bring me down in a relationship Hä? Nice Davis Die sind an dem Casino Eingang NEIN Alter haben wir nicht verloren grad oder? 84 in 3 alter Faktisch links von Einer kommt von 3 NEIN MANN Verdammter Hurensohn Wer verpisst sich Loll alter Alter was ist denn das für geile Die sind nice ne Oh wie ich mich erschrocken AHHHHH NEIN Der hat sich mit einem Glück Alter NICE 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 Junge Nach den letzten 5 Schuss Warte ich Flash rein FLASHBANG I'm throwing a FLASHBANG Ja ich hab nen Bug gefunden Nein von wo? Keine Ahnung alter Hinter den Bierkisten wahrscheinlich Ja ich weiß es nicht Ich hab ihn nicht gesehen Hinter nicht zu zweit rein David und Daniel Safed einer mal bitte die Geisel oben Danke Nice Daniel Da sind zwei Genau jetzt kommen da alle alter Wenn wir nicht zu zweit gehen sollen WTF Ja du sagst immer nur Scheiße an Die können dort auch die Leiter hoch Ne die Treppe Hoch immer du stehst Da Oh nein Wo? Da unten aber sind alle bei uns Das ist die Türme von Aztec Richtig low Oh die kommen hier Oh die kommen hier Hier sind sie fast Grenade out Ingeniering Throwing smoke Laying down smoke Was? Ja Ja ich bin schon oben Ich bin bei den anderen Gelsen Hm Es ist ja nur noch einer Ja Aber wenn wir so alle unten holen Da steppt unten rum glaube ich Da steppt unten der Gelb Oder? Ja das hier Lauf Lauf einfach Mal hinter dir Lauf So Alter warum bleibt dir nochmal kurz Rechts Du bist so ein Opfer Alter halte doch einfach mal die Fresse Nein du machst keinen Scheiß nach dem anderen Ja was ist denn Mann jetzt kommt einfach alle mit runter Und macht nicht irgendwelche anderen Scheißpläne hier Fertig Ich hab keine Ahnung wo der ist Wir machen jetzt gleich das wie Lauf einfach weil wir wussten wo er ist Wir haben es ja gesehen wo er lange ist Wir machen das gleich wie eine Nachlone Wenn ich gelaufen wäre er hätte mich genauso getötet Nein Doch Er hätte mich genauso wie den anderen Nehmen wir nur die Scheiße daran Junge du bist einfach nur dumm gerade Ja genau Du machst hier Taktiken die nicht funktionieren Ja ja Einer ist hier äh Einer ist schon auf dem Der Dings glaube ich Ah fuck da bist du Genau wenn ich weg gucke kommt der natürlich hoch Das ist doch gar nicht possible Einer ist am Teppich Nein zeig dich nicht man es gibt drei Wege Renn einfach raus Renn einfach raus Leg die Smoke da hin und renn raus Flash und raus Hör doch nicht auf den Boah man halten doch einfach alle die Fresse ohne Witz jetzt Mann So schlecht Ich weiß doch nicht warum du auf den Vollidioten immer hören musst Hätte ich die Scheiße Schmuck einfach direkt gelegt hätte ich einfach so nicht retten können Ja hör doch einfach nicht drauf Ich laufe einfach drauf Oh 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 Das war jetzt richtig Was machst du für den Scheiß Was machst du Was war das denn Ja Ja Peaken und dann Step machen Das war so dumm Ja wenn ich einfach rausrenne hat er mich doch sowieso Naja Du weißt doch nicht wo er grad hinguckt Ja er hat doch Er hat's doch gesehen Deswegen hab ich doch gepiekt man Ja hättest du nicht gepiekt hat er ja auch noch nicht geschossen Als er dich gesteppt hat er hat er dich nicht gesehen Was an Standardpraktik versteht ihr Pisse an mich nicht Ihr seid doch alles wichser echt Ne das ist Ne Daniel mit Ne Äh da warte Dreh dich um Rechts Fell Was denn Du Alter du Penner Defuse mit defuse geht René Ach da hoch Komm hier hoch Daniel ist auch oben Oh nein Oh nein Ja du bist einfach auch unkontalentiert eben Unkontalentiert Wie du versucht hast nach B zu kommen Du bist dreimal an einem fetten Schild An der Wagen Wo da fett drangesprayt ist B In die falsche Richtung lang Im B glaube ich Außen hier Ja A ist Frag ihm doch was Hier war noch einer irgendwie mit Ja mach's Fick nicht Scheiß ne der ist Psst Schleich Du musst nicht mehr schleichen die sind alle tot Oh ich hasse René Oh ich hasse René Oh ich hasse René Oh komm René Verarscht jetzt hier nicht die Leute Du weißt das Die Musik ist schon losgegangen Das schaffst du nicht mehr Ah René gg Wenn der jetzt wegen dir abbricht ne Ja die ist immer noch nicht losgegangen Alter Ja die ist immer noch nicht losgegangen Außen Ah der Wie hab ich denn den da bescht Sehr gut ja Sehr gut ja Der Deck ist der Nice Nein Mir ist das immer noch Schleierf wie du mit dem Ding sowas hinkriest Schleichen 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 Nein Das ist viel zu hecklich Will man Daniel oben sehen muss man die Tabelle drehen Was ist das Ist das Ist das Ist das der Ace Das wird der Ace Das wird er Das wird er Das ist so spannend Das ist so spannend Komm René Wir hol ihn dir Ich geb dir rückendeckung Er verliert den Ace Ich bin jetzt bei einer Schle Ich bin jetzt bei einer Schle Nice Links 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 Komm komm rush in Ganz links Ja nice Defuse 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 der kid Ja easy 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 Ich renne schon mal weg Klapper Fick Nice one man 0,3 Sekunden Einer äh ziemlich weit weg noch wird es zu Beeren unter, meine ich. Nice, das war der. LOL! Nice, easy! Wo geht das lang? Rechts, rechts? Ja, flashen wir irgendwas? Oder warten wir die Nades ab? Wir gehen jetzt einfach nach B. Rechts, rechts und durch. Die Nades musst du kurz abwärtsen. Ja, die Flash vor allem. Und die Smoke? Ja, wir werden die fünf Leute durch den Smoke holen. Und laufen beim Sprayen. Okay, raus, 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 raus! 2-0. Runter, 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 runter. Vent offen. Rechts, glaub ich, kommt. Smoke, äh... Rechter Vent, kommt auf alle Fälle. Tür. Jetzt alle schön death bleiben. Ah, shit. Nice. Oh, da kommt gleich noch einer, fuck! Passt, passt, passt. Eddie, bleib death. Bleib richtig death. Nice, man! Easy, easy, Jungs! Das andere, das, ja, das. All right, alles aus.